Hi Freunde! Willkommen zurück in Terraria! Da gibt's zwei Herz-Dingsda-Dinger und ich weiß auch was man damit herstellen kann jetzt. Noch ein bisschen mehr als ich bisher dachte. Nicht nur Herzen, sondern auch leuchtende Dinger. Also, wie heißt's? Lampen. Herzlampen. Kann man damit herstellen. Na ja, machen wir erstmal das Gold weg. Setzen wir da noch eine Lampe rein. Ach verdammt. Schieß doch einfach da rein. Da gibt's auch noch eine Höhle. Da drüben gibt's eine Höhle und da gibt's der Mina Stone, so wie das aussieht. Außer das leuchtet nur grün und in Wirklichkeit ist das gelb. So wie das hier. Durchschiss, äh Dünnf, äh Schiss. Gelb. He. So, da ist nichts mehr. Eigentlich wollte ich ja nach unten buddeln, aber... Na ja, egal. Was soll's. Ihr Scheißdinger da, inger blöden. Drecksfledermäuse immer überall. Ach du große Scheiße, was ist denn da los? Blutrohles Wasser. Jetzt kann ich da hoch gehen oder da? Unten gab's ja glaub' nichts mehr, oder? Na gut, hier gibt's noch das bisschen was. Wo ich zwar nicht unbedingt, aber wenn ich mir leise bauen will, noch ein paar mehr, dann wäre das nicht schlecht, wenn ich das hätte. Ja. Lead. Okay, 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 okay. Auch gleich alles weg. Das geht ja wenigstens noch schnell. Nicht so wie man sich jetzt anderes zeig. Okay, ich geh da hoch. Warte, da unten. Unten gab's doch bestimmt noch irgendwas. Ja, da gab's auch Wasser. Heu, heu, heu. Ah, da waren wir schon. Da wollen wir nicht mehr hin. Ja, schau mal hoch. So, da unten waren wir da auch. Ich glaub' schon. Ja. Sieht so aus. Da drüben? Keine Ahnung. Dann gucken wir doch mal, was es da unten Schönes gibt. Was ist da? Rubine. Und Flushblock. Und natürlich kein Licht. Hey. Da drüben gibt's aber nix. Da unten. Sieht auch nach nichts aus, aber ich guck besser mal. Und es gibt nix. Ich geh nur noch weiter nach unten, aber sonst gibt's nix. Da gibt's ne, 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 ne. Wie halt, ne Vase oder? Ja, so und was? Was war das? Also Slush. Kupfermünze, Silbermünze. Wie hätt's auch anders sein können. Gibt ja sonst nix. Da gibt's da ein bisschen babymäßig viel Dings da. Stopp, 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 stopp. Ich hab die falsche Waffe. Ha. Okay, alle tot. Was hat denn da drüben gerade geleuchtet? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hoppala. Egal. Gibt's auch Tungs denn? Wieso gibt's da unten noch Tungs denn? Das sollte jetzt doch langsam mal Platinum geben. Platin. Platinum. Und Absaufilium. Und Absaufilium. So wie's gleich aussieht. Ganz zu schnell raus. Hoffen, dass ich das Loch finde. Komm ich auch wieder runter? Ja. Okay. Da drüben. Was ist denn das? Ein Löchtlein in der Wand oder nichts? Nö, das ist nix. Das ist überhaupt nix. Oder doch? Doch, da gibt's was. Doch, da gibt's was. Und was besonderes? Ja, zwei solcher Dinge. Okay. Da geht's auch noch weiter. Aber das juckt mich jetzt gerade wenig, oder? Gucken wir auf. Na ihr. Ihr seid geil auf mich. Ich weiß. Wollen wir gleich jetzt schon wieder an. Gut. Gold. Wie hätt's anders sein können? Da gibt's Gold. Alles was man sucht. Gibt's nicht. Aber Gold. Oder Kopf. Oder Pla... Äh... Tungsten. Oder Eisen. Aber alles andere nicht. Ach genau. Ich hab ja das Ding auch. Und da gibt's auch noch eins. Da gibt's aber nix. Gut. Dann gehen wir langsam mal wieder hoch. Verdammt. Und da gibt's doch nichts. Hoppala. Ach, ich seh doch eh nix hier. So. Irgendwas drin? Oh. Holzpfeile. Okay. Faggel hin. Bevor ich's wieder vergesse. Machen wir mal ein paar... Ach, das gibt's doch nicht hier. Gut. Da drüben war ich schon. Da ne Faggel hin. Schnell weg. Und... Das Ding ist cool. Hehe. Oh, jetzt hab ich keine Money mehr. Egal. Da fliegt immer noch Schnee rum von meiner Wolken. Dings da. Dings. Bums. Dings. Dings. So, jetzt müsste ich langsam durch sein. Gut. Und das sind wieder Spinnennetzzei natürlich. Hätt's auch anders sein können, verdammt. So. Ich glaub, das reicht jetzt hier aber. Oh, und Kupfer gibt's hier natürlich auch. Wie hätt's anders sein können. Alles mögliche, nur kein... Platinum. Oh, da liegt nur... Nein, ich dachte da wär wär ein Banner. Ach. Eistroch. So. Da schauen wir noch. Gold. Glaub ich. Oder? Was ist denn das? Nein, das war gar nix. Hau ab, du Arsch. Und... Nein. Super. Fröstschart. Da gibt's auch nix besonderes. Oh. Drieben aber. Boah. Hör ich mal ein bisschen... Ach, da gibt's wieder... Dings da. Wie heißt's? Keine Ahnung. Äh, 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 äh. Fest. Nicht hochfest. Jetzt nimmer. Ah. Ah, nur ein paar Münzen. Da gibt's auch irgendwas. Eistroch. Und da drüben gibt's wieder Dings da. Da drüben gibt's scheinbar wieder Dings da. Ah, hehehe. Ich hoffe, ich mach die Farbe nicht weg. Doch, ich mach sie weg. Ach, da kann man gar keine hinsetzen. Äh, das ist wieder Dings da. Dings da, Dings da. Genau, Dings da. Was gibt's da noch? Keine Ahnung. Gucken wir. Hier. Gibt's ne Höhle? Nein, auch Dings da. So wie's aussieht. Dings da, Dings da, Dings da. Dings da. Okay, dann bauen wir das Dings da eben auch ab. Und hab ich alles. So. Dings da abgebaut. Dann bauen wir das noch ab. Was wohl so ewig dauert. Scheiß Rhodium. Hm, 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 hm. So. Okay. Haben wir. Darf vielleicht noch ne Fackel hinsetzen? Ach, da ist schon noch eins. Okay, jetzt reicht's aber hier. Ja. Jetzt noch weiter runter. Hört ihr den Flieger bei mir? Der ist laut. Der fliegt tief. Sehr tief. So wie der sich anhört. So wie der sich anhört. Okay, jetzt ist er auch so gut wie weg wieder. Mal ein tiefer Flieger. Und da geht's auch nix. Nur so Slush. Scheiße. Oh je, da oben ist noch mehr Slushy, Drecky, Kavi. Ah ja, mecker halt. Bin ja schon oben. Zum AG gehe ich nicht einfach runter. Okay. Okay. Dann schauen wir mal, was es da gibt. Wieder Tungsten. Wie hätt's auch noch sein können. Da gibt's wieder Dings da. Das grüne Zeug da halt. Ach verdammt. Ich wollte jetzt auch gar nicht runter fliegen. Egal, da geh ich jetzt nicht runter. So. Und das hab ich auch alles. Wasserlauf trank. Das kann ich auch auf dem Wasser laufen. Cool. Komm mal, wer das weg geht einfach. Holzstab. Ach verdammt. Ich hasse es. Es gibt jetzt hier schönes Kupfer. Wie hätt's auch noch sein können. Ich sag jetzt bisschen Slush. Slushy Drecky. Bums Dreck. Blöder. Qualle. Aber ich geh wieder hoch. Glaub ich. Hier unten ist irgendwie langweilig grad. Gibt hier nichts besonderes. Gibt hier nichts besonderes. Da hoch vielleicht noch gehen. Ich glaub da war ich auch schon, oder? Sieht ganz so aus. Ok. Münzen halt. Da oben gibt's auch nichts besonderes. Glaub ich. Ok. Dann gehen wir mal wieder da rüber. Warten wir kurz bis der Tablet ist. Gut. Und da rüber. Da waren wir auch noch nicht so wie es aussieht. Jetzt wieder rhodium. Da gibt's ne Statue. So wie es aussieht. Kann ich nicht mitnehmen. Inventar voll. Hm. Shivertorn Seeds. Ich mach mir das direkt. Schildstatue. So. Da gibt's auch ne Höhle. Da will ich jetzt aber nicht rein. Das kleine Schwein. Da gibt's wieder ein Herzlein. Das kleine Schwein. Da gibt's nix. Da gibt's wieder rhodium. Hab ich aber keine Lust mitzunehmen. Irgendwann vielleicht mal, falls ich's nicht vergesse, dass hier was war. So. Da gibt's rhodium. Da gibt's gegnerschweine. Da gibt's fläderschweine. Da gibt's fläderschweine. Ich hau doch einfach ab. So. Da komm ich auch nicht entlang. Hm. Nix. Oder? Oder? Doch. Nein. Da ist nix. Oder? Okay. Ist da drüben noch was? Nein. Sieh nicht so aus. So. Gut. Hm. Da kann man auch entlang. Okay. 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 Wo geht's denn entlang? Ich bin von unten gekommen. Äh. Ach. Egal. Wir gehen oben entlang. Da kommt man auch runter. Äh. Wenn ich runter... Hochkomm. Hehehe. Ja. Das geht gut. So. Will ich runter oder will ich hoch? Juh. Ich sollte vielleicht erst mal wieder hochgehen. Und vielleicht erst mal das da wieder bauen. Hm. Keine Ahnung ob ich noch was ran mache. Aber egal. Einfach weiter klopfen. Aber ran machen. Bis die Ketten kommen. Da. Kann ich aufhören. Gut. Okay. Dann gehen wir jetzt nach oben. Leeren das Inventar. Beziehungsweise das mache ich allein. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Wenn es vielleicht nicht mehr schifft. Wer weiß. Das sieht man dann morgen. Und ja. Bis dann. Tschüss. Tenudo ist. Du wirst morgens. Ja. Vielen Dank.